Bald sind auch die Tomaten dran. Leider. Das Beste aus dem Garten. Die werden schon das organische Material wegsaugen. Es war eine schöne Arbeit. Es war keine Drecksarbeit, es ist eine schöne Arbeit. Und bei allen lieber auch die Tomaten nachreifen lassen, verstehe ich alles. Aber ohne Würzen, Salz oder sonst irgendwas. Das Zeug schmeckt halt nach nichts. Wir sind kurz vorm Ende der Gartensaison. Es gibt aber dann noch einiges zu tun. Es ist noch lange nicht fertig. Und man kann jetzt auch noch ordentlich vorsorgen, um auch im Winter gut ernten zu können. Ich mache es schon seit September. Im Oktober gibt es jetzt auch noch so feinste Sachen, die ich noch pikieren werde. Salate und auch sibirischen Blattkohl, Rosenkohl und Grünkohl. Der dann bei mir in den Folientunnel mit reinkommt. Ich habe jetzt kürzlich die Gurken entfernt, weil sich das jetzt nicht mehr so gelohnt hatte. Kühles Wetter, habe nicht mehr so gut getragen. Eine Pflanze habe ich stehen gelassen, damit sie mir zum Beispiel die Samen produziert. Die Arola ist eine sehr gute Sorte. Kann ich nur jedem empfehlen, diese Schlangengurke. Hat sich nicht mehr gelohnt mit den Gurken. Na, Platz machen. Habe sie natürlich sachte entfernt. Sehr kinderfreundlich und im Allgemeinen sehr menschlich. Mit einem Brotmesser. Dabei habe ich nicht nur die Gurken entfernt, sondern ist ein ziemlich wilder Streifen gewesen. Denn ich habe ja da auf Mischkultur gesetzt. Habe da Basilikum, Tagetes und Kapuzinerkresse reingesetzt, damit sie halt eine der Znützlinge ansiedeln. Und auch gegen die eine oder andere Krankheit bei den Gurken helfen. Wobei es halt bei dem regnerischen Sommer, das nicht so viel geholfen. Wenn die Pflanze geschwächt ist, dann hilft das auch nicht so. Dennoch, die Sachen sind in die Blüte gegangen. Da dachte ich mir, okay, ich mache es jetzt mal ein bisschen Platz, weil es lohnt sich dann für mich auch nicht mehr. Wurde dann einfach nach Kulturen setzen. Habe mir dann auch mit raus gemacht. Das Ganze gezuppelt daraus. Also die Basilikum, Tagetes und auch die Gurken. Das organisches Material. Auch das, was mit Mehltau befallen ist, habe ich erstmal zur Seite gemacht. Das kam dann später wieder als Mulchmaterial mit drauf mit anderem Zeug, damit ich den Boden weiter aufbaue. Die Krankheit wie den Mehltau. Mal schon seit Jahren so. Kommt nicht an die anderen Pflanzen da mit rein. Diese Ansteckung. Die Angst vor den Leuten. Ihr müsst gute Böden aufbauen. Dann habt ihr immer weniger Probleme. Gute Böden aufbauen und Nützlinge ansiedeln. Und wichtig, sehr wichtig, habt ein bisschen Geduld. Das dauert vielleicht, das kommt nicht von einer Woche oder so oder von einem Monat. Das geht über Jahre hinweg. Mulch erstmal zur Seite geschoben und dann schön mit der Grabgabe erstmal das aufgelockert, damit ihr dann die nachfolgenden Kulturen, wie die Salate, Eichblattsalat, reinsetzen kann, die ich dann noch vor dem richtig harten Winter dann abernten kann. Danach wird dann mal schauen, was da rauskommt. Habe dann auch einen Feldsalat da in die Ecken mit ausgesät. Das heißt, ich werde zuerst einen Salat ernten. Da wird wahrscheinlich sowieso der Feldsalat rauskommen. Und darauf habe ich dann ein bisschen gemulcht. Also das ganze Zeug, was ich da dann zurückgelegt hatte. Einfach um den Boden zu bedecken, damit ich weniger gießen muss. Bald sind auch die Tomaten dran. Leider. Das Beste aus dem Garten. Da könnte man schon mal eine Träne fließen lassen. Zu Ende der Saison. Die Tomaten, die sind halt richtig angebaut, richtig geil, schön süß. Es mangelt so ein bisschen mit der Qualität. Haben zum Teil Nächte von 3 bis 4 Grad. Am Tag dann 15 Grad, wenn die Sonne reinscheint im Tunnel. Sind es dann doch 20 Grad. Das sind starke Temperaturunterschiede. Bildet sich schon im Tunnel ein bisschen der Tau. Kommt immer mehr Braunvolle. Geht halt Richtung Ende der Saison. Und die Qualität der Früchte ist auch so mehr mau, langsam. Das heißt, ich werde dann auch nach und nach die Tomaten entfernen. Und da halt dann weiter die 400 Pflanzen, die gerade bei mir warten, auch ihren Platz finden für die Winterernte. Muss ein bisschen gestaffelt da rangehen. Es lohnt sich halt einfach nicht mehr dann ewig lang auf Tomaten irgendwie nachreifen zu lassen. Die schmecken sowieso nicht mehr. Und bei aller Liebe auch die Tomaten nachreifen lassen, verstehe ich alles. Aber ohne Würzen, Salz oder sonst irgendwas. Das Zeug schmeckt halt nach nix. Deswegen bin ich auch kein Fan von diesem in den Kartonen rein und nachreifen. Wartet erstmal ein bisschen Spannung aufbauen. Ich konnte die letzte Galia Melone bei mir ernten. 2 bis 3 Kilo. Eine samenfeste Sorte. Richtig schön süß und lecker. Schöner Abschluss. Doch der doch katastrophalen Melonen-Saison. Wer auch eine Samenfeste Galia Melone anbauen möchte oder auch noch viele weitere Melonsorten oder auch viele verschiedene Tomatensorten, schau mal unten vorbei. Da ist die Saatguteliste verlinkt. Da gibt es sehr viele Kultursorten von mir. Alles, was ein Gärtnerherz begehrt. Und auch Sachen, die er nicht begehrt. Die aber trotzdem draufstehen. Weiter geht es für Leute, die ja einen Balkon haben oder einfach nur eine Terrasse und auf Kübel zurückgreifen müssen. Die habe ich jetzt kurzerhand von den Wilderdbeeren befreit. Das ist eine weiße Sorte. Hab da noch welche, die vermehren sich wie wild. Deswegen ist für mich jetzt kein Beinbruch, die jetzt da vom Kübel zu befreien. Alles rausgenommen. Die Erde, muss ich sagen, ist sehr gut durch die Erdbeeren als Bodendecker. Schön krümelig, hat eine ordentliche Farbe, wo ich mir denke, haben sie eine gute Arbeit geleistet. Finde ich klasse. Haben aber jetzt erstmal Platz gemacht für den Feldsalat, den ich in einem Saatband da ausgelegt habe. Und normalerweise bin ich jetzt nicht so ein großer Freund von Saatbändern. Aber es war irgendwie ein Versehen. Ich habe nicht auf die Saatgutpackung geachtet, dass das ein Saatband ist. Ich dachte, das waren ganz normale Sorten, so zum Rauswerfen. Und habe halt unten in der Ecke das nicht gelesen. War ziemlich unachtsam. Hab da einfach ins Regal gegriffen. Die anderen zwei, die ich da rausgenommen hatte, das waren ganz normal zum Aussamen. Aber das habe ich nicht aufgepasst. Wunsch mal. Passiert. Deswegen halten wir mit Saatbändern mit akkuraten Abständen. Und in den Kübeln, wo die Erdbeeren drin waren, haben sich noch Knoblauchzehen versteckt. Die sind da irgendwie nicht rausgekommen. Auch kein Beinbruch. Oktober ist sowieso die Knoblauchpflanzzeit. Kann man also gleich stecken. Hab sie gleich in den Kübel zur Mischkultur mit reingesteckt. Kann man vielleicht nochmal frisches Knoblauchgrün zu der Zeit ernten. Aber Feldsalat dann nochmal abgedeckt und ein bisschen gemulcht. Wird dann mit der Zeit dann auch kommen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen tiefer ist. Aber der Mulch wird es überhaupt beides setzen. Da war ziemlich viel Bodenleben drin. Also die werden schon das organische Material wegsaugen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, da am Boden liegt der tote Tigerschniegel. Neben der Aubergine, die sie angeknabbert hat. Aber Korrelation ist ja nicht Kausalität. Die kann ja von anders gestorben sein. Aber naja, die Tatwaffe, die Aubergine. Daneben der tote Tigerschniegel. Schnecken sind ja dazu da, für die Kompostierung, um einen guten Boden aufzubauen. Gutes Stichwort, denn die verkompostieren was. Wir waren an der Kompostecke und haben da jetzt die ganze Erde abgesiebt. War eine ordentliche Arbeit. Haben mehr Erde als letztes Jahr. Hatten wir Kompost angesetzt. Und nachdem wir die... Es war eine schöne Arbeit. Es war keine Drecksarbeit. Es ist eine schöne Arbeit gewesen. So in einem Sonnen und ein bisschen körperlich tätig sein, ist eine schöne Arbeit. Und nachdem wir natürlich den Kompost wieder freigemacht haben, wollten wir natürlich einen neuen ansetzen. Und haben auch dafür gleich den Bokashi genommen. Da einige Eimer reingeworfen, damit ich noch über den Winter den Lambsheim wieder füllen kann. Und natürlich ganz unten hin an Boden, weil die Nachbarn dann doch ein bisschen empfindlicher sind, weil sie so süßsäuerliches Sauerkrautferment nicht so gewohnt sind. Und die sich dann bei uns auch beschweren. Passiert. Ist halt nicht jeder das gewohnt. Von daher möchte ich da jetzt keinen Streit anfangen. Ganz unten am Boden hinwerfen. Und dann Erde, organisches Material hinwerfen, damit es schön gut bedeckt ist. Ich bin es eigentlich auch nicht gewohnt, den Bokashi an den Füßen zu haben, vor allem beim Saft. Ich frage mich da auch, warum ich da mit den Clocks einfach da in die Matsche reinlaufe. Die Clocks sind einfacher sauber zu machen, als die Stiefel zum Beispiel. Wenn man manchmal viel zu tun hat, dann denkt man nicht dran. Dann läuft man einfach durch. Und das passiert. Organisches Material hatten wir auch genug, weil in der letzten Zeit kommt einiges an Häckselmaterial. Häckselgut, was ich einerseits zum Mulchen nutze, um guten Boden aufzubauen, den Boden über den Winter zu schützen. Und natürlich auch mit dem Kompost neu anzusetzen. Und beim Häckselgut hoffe ich, dass es mir nicht um die Ohren fliegt, weil ich habe bei Kleinanzeigen raffiniert, wie ich bin. Einfach eine Beschreibung gemacht, wo man das Zeug hinwerfen kann. Bilder natürlich auch noch gemacht. Wo meine Adresse ist. Und dann kann man das einfach frei hinwerfen. Bis jetzt hat es funktioniert. Es sind größere Abschnitte gekommen. Ich hoffe auch, die nächste Zeit noch Laub. Und ich hoffe, es wird dann nicht irgendwie was Unerwartetes kommen, wie ein totes Tier, oder gekocht ist oder sonst irgendeinen Müll. Mal schauen. Da kann man ein schönes Video wieder daraus machen, wo man sich aufregt und polarisiert. Vielleicht bringt es ja ein bisschen mehr Klicks und wieder was Außergewöhnliches passiert. Diese Gesellschaft wirft einfach ihren Müll woanders hin. Kann man sich wieder aufregen auf Facebook. So, das Problem an unseren jetzigen Häcksler ist, dass er so feines Material wie so Gräser nicht richtig zerhexeln kann, weil es ja kein Messerhecksler ist. Deswegen haben wir uns einen Messerhecksler noch geholt. Keine so hochwertiger. Erstmal so zum Testen, wie der so ist. So die Billigsparte mal für euch testen, ob sich das lohnt oder nicht. Und ich muss schon sagen, also bei dem Häcksler auch, bei dessen Bauanleitung ist schon ein bisschen stressiger das Ganze. Dass ich mich schon wieder gewundert habe, was das für überhaupt eine Bauanleitung ist. Das ist dann schon mehr geht in Richtung Puzzle. Vor allem, wenn man schon bei Bauanleitung ist. Wir haben auch in der letzten Zeit noch andere Sachen gekauft, wie zum Beispiel so einen Gartenschlauchwagen. Und da war die Bauanleitung ja mein Gotteswillen. Also wer hat sich denn das ausgedacht? Das ist ja wirklich so Puzzle. Mit der Bauanleitung ist es einfach nur irgendwelche Stichpunkte, die vielleicht von Word raus gemacht worden sind und dann einfach da reingeworfen und so. Ja, baut das mal irgendwie so zusammen. Wir haben überhaupt gar keine Bilder, die irgendwie aussagekräftig sind. Dann denkst du, wie soll ich das jetzt irgendwie so zusammenstecken und zusammenbauen? Und dann schaust du einfach nur auf den Kackkarton und guckst, schaut das jetzt irgendwie so aus wie auf dem Bild oder nicht? Da haben wir Stunden investiert, mit diesem dummen Gartenschlauch da so zusammenzubauen. Beim Häcksler, ey, da ging es noch einigermaßen. Da waren es nicht ganz so viele Teile. Aber die Bauanleitungen, ey, fürchterlich. Zum Glück gab es keine Bauanleitung bei der Axt, die war einwandfrei, als sie gekommen ist. Also, gut, bei der Axtgeschichte war es so, ich habe die alte Axt genommen, weil wir ja diese Baumstämme übrig hatten. Wir mussten ja einen Baum fällen, der ja durch den Sturm kaputt gegangen ist beim Schrebergarten. Und dann hatten wir halt eine alte Axt und dann dachte ich mir so, okay, schlägst du einfach mal drauf, um einfach mal die Erfahrung zu haben, wie es mal so ist, ein bisschen Holz zu spalten. Und dann ist die Axt gleich nach dem ersten Schlag kaputt gegangen. Und nein, ich habe alles richtig getroffen. Ich habe nicht mit dem Stiel den Holzstamm getroffen, deswegen ist er kaputt gegangen, sondern das Ding war einfach alt. Und die Schneide kannst du auch vergessen. Die neuen Dinger sind schon, die sind ordentlich. Da hatte mein Vater auch zum Teil sein Spaß. Und wie immer, Safety first, Schutzbrille anziehen, Sicherheitsschuhe, Schutzkleidung, einen richtigen Stand einnehmen, schauen, dass hinter dir keiner steht, schauen, dass vor dir keiner steht, schauen, im Allgemeinen, dass in der Nähe nicht irgendwelche Leute stehen, die du damit verletzen könntest. Dann kannst du ordentlich spalten. Da habe ich meinen pädagogischen, wertvollen Auftrag auch schon erledigt. Kann ja sein, dass Kinder oder jüngere Menschen zuschauen, auch wenn meine YouTube-Statistiken etwas anderes sagen. Aber selbst für euch ältere Menschen, passt auf, geht schnell. So eine Axt im Knie oder im Fuß, Autsch. Wenn ich dieses Video hochlade und veröffentliche, dann ist ja auch schon bald Erntedankfest. Und Erntedankfest ist ja Zeichen Kürbis, Ernte einfahren und ich weiß nicht, religiös, bin nicht so da bewandert. Gott oder die Natur danken für die wunderbare Ernte. Ich weiß es nicht, Jesus Christus. Vielleicht feiern das auch die Moslime mit Allah, keine Ahnung. Einfach danken für die geile Ernte. Kürbisse, dieses Jahr super, Tomatenernte super, Gurkenernte super und ich kann natürlich auch meine Ernte mit euch teilen und es sind auch die Woche wieder ein paar Pakete rausgegangen. Dieses Mal nur Kürbisse. Die kann man gut versenden. Geto Okonosim und Ofenkürbisse. Geto Okonosim, 850 Jahre alte Kürbissorte. Top-Sorte. Finde ich besser als ein Hokkaido. Widerstandsfähig, robust und schmeckt, die Kürbisse haben so einen leichten Melonengeschmack. Also eine super Sorte. Auch wenn du die auf der Saatgutliste. Und sonst die Ernte, ja, Bohnen jetzt zu der Zeit jetzt so ein bisschen kühler und viel Regen sind jetzt auch sehr gut am Kommen. Die lieben so ein Wetter. Wurzel, Gemüse, so passt die Nacken. Auch top. Radi konnte ich auch schon wieder ein paar ernten. Die meleteranen Sorten, ja, Paprika, Auberginen, Tomaten. Eher weniger. Passiert. Hat so alle seine Züge. Deswegen, auf in die Herbst- und Wintersaison. Ernten kann man immer was. Und jetzt noch sehr wichtig, Frage an dich, was machst du jetzt noch im Garten? Was kannst du noch alles ernten? Und, ja, was pflanzt du aus? Was siehst du aus? Interessiert mich alles. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Hier noch spannende Videos von diesem Kanal. Könnt ihr auch noch gerne reinschauen. Aber auf diesem Kanal auch nicht vergessen. Kostenlos alles. Dann genießt mal das schöne, goldige Oktoberwetter. Und ich hoffe, ihr habt keinen Herzinfarkt durch die Rechnung, wenn ihr auf dem Oktoberfest wart. Wobei ich davor auch nicht ausgehe, dass Leute, die bei mir zuschauen, aufs Oktoberfest gehen. Aber wer weiß, wer weiß, ist ja nur einmal im Jahr Dwiesen. es ist nicht schaff. Wir finden unser Tätig,